Entsetzen, das konntest du ja, das war nicht, hast du es nicht mal versucht. Oh. Läuft es jetzt von alleine? Wer Tanja, ja, nee, wer Tanja war... Really? Really? Ehrlich? Ehrlich jetzt? So, ich bin wütend. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? No shit jetzt? Was ist das? Was ist die Iron? Egal, will ich haben. Nein, halt nicht. Scheinbar ist das ein Labyrinth. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Da. Wie? Du weißt jetzt, wieso das so ist, da. Ich glaube, wir gerade eine Map vorliegen, by the way. Von Bampo Forest. Ja, sag an, wo lang muss ich? Weißt du, wo du bist. Ah! Ah! Also ich bin... Irgendwo zieht zwei Bäume. Äh, ja, in Bäume werden hier nicht groß angezeigt. Warte, du bist oben? Bist du? Ah! Schaut! Eih! Ja, da ist TBL! Also T2R2DV! Weißt du, nach den guten Zeiten, wo du alle TWs haben wolltest? Ja, TBL, TBH, TBR. Wo ist der Unterschied? Äh. Sind alle anders als. Äh, äh. Ja, also hier komme ich schon mal nicht mehr weiter. Also ich gehe gerade nach oben. Und jetzt gehe ich gerade nach unten. Äh, das sehe ich. Das... So, hier, bleib doch mal stehen! Ja, okay! Hier, guck doch mal, TTV. Ich kann mich nicht orientieren. Okay, ich bleib jetzt hier stehen. Oh, Moment, ich bleib hier stehen. Ich kann hier nicht nach rechts und nicht nach links. Also ich kann hier nur zurück. Also ich kann hier nur nach rechts. Guck mal, hier ist T wie H. H wie Heroin. Ja, oder H wie Homosex. Aber ich weiß, wo du bist. H wie Homosex. Ja, das wäre gut. Also, wo lang muss ich? Ich weiß, wo du bist. H wie Homosex. Zwei zurück. Zwei zurück. Eins, zwei. Ja, und dann vier nach oben. Rennen. Eins, zwei, drei, vier. Dann einfach... ...straight nach links rennen. Ja, Moment. Erstmal kam da ein Monster. Ja. Ich bin einfach ganz nach links und dann nach oben und da ist irgendeine Nummer. Das ist keines Haus, scheinbar. Ah, hast du Kaguya besiegt? Hm, keine Ahnung. Jetzt bin ich oben angekommen, kommen wir aber nicht mehr weiter. Ja, das ist auch eine Sackgasse. Hier wäre keines Haus. Ja, das ist doch rein, wenn du Kaguya besiegt hast. Steht hier. Hey, Manske, hau. Okay. Ich bin auf. Hallo. Jetzt geht's um. Vier nach rechts. Moment. Eins. Zwei. Zwei. Also warte, ich gehe erst wieder ganz links, dann ran. Ja, das war eine Sackgasse. Ja, nee, das ist eh nicht mehr Sackgasse, da ist keines Haus. Aber die Tür ist abgeschlossen, also kommt mir nicht. Okay, warte, ich bin jetzt wieder ganz links. Jetzt gehe ich wieder nach rechts. Ja. Vier. Dritte. Eins. Und dann nach oben. Okay. Zwei, drei. Drei, vier. Und dann nach oben. Und dann gehst du nach rechts, gehst du ein bisschen ganz nach rechts und nach unten, dann wieder ganz nach links und wieder nach unten. Kann nicht ganz nach rechts. Also ich komme gar nicht nach rechts. Ja, gehst du ganz nach oben, soweit du kannst. Moment. Hey. Nee, kann nicht weiter nach oben. Ich stecke fest. Ich kann... Schmeinig, ich fuhre zu. Achso, ja, das geht. Ganz nach links. Ja, sag mal, könnt ihr alle? Nee? Nee, wollt ihr nicht? Ja, ich kann's nicht. Also gerade jetzt ja, weil... Jetzt bin ich ganz links, jetzt nach unten. Ja, dann nach unten, dann nach rechts, dann wieder nach unten. Also immer, wenn ich nicht mehr weiter kann, dann nach rechts. Und jetzt nach unten. Nee, jetzt muss ich nach rechts und jetzt nach unten. Dann wieder nach rechts. Dann wieder unten. Nee, muss ich nach oben haben, wenn ich so. Ich hab's euch ja auch mal gesagt. Das ist ein Abrind, das nicht geschnitten hat. Das ist genau so gut wie... Moment. Ah! Jetzt hat sich das auch schreckt. Warte, ich gehe wieder zurück. So. Nein, Scheiße! Weiter rechts, 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 rechts. Ich hab mir gerade gemerkt, dass ich hier einen Umweg angesagt habe. Da gibt's gar keinen direkten Weg nach unten da, wo ich hin möchte mit dir. Ah, ich gehe jetzt gerade weiter nach unten. Nein, 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 nein! Nicht nach unten! Scheiße! Du gehst in die größte Sachkasse der Welt. Du brauchst rechnen zu gehen. Ach, ich bin... Das ist genau so, wie ich... Da musst du da nach unten kommen, dann... Also warte, wo... Du musst versuchen, nach rechts zu kommen. Wie... Warte, du bist jetzt mit diesem Kackbaum. Dann musst du nach unten. Also muss ich doch nach unten! Du musst nach... Nach rechts versuchen. Immer. Immer nach unten rechts, okay. Nein. Du... Wenn du alles nach unten gehst, bist du in der größten Sachkasse der Welt. Ah, hier geht's nach rechts. Ja. Nach oben. Ja, das geht. Dann musst du... Dann einen Schritt nach rechts. Dann wieder ganz nach oben. Dann wieder rechts. Dann wieder rechts geht's. Okay. Kannst du denn, dass wir gerade zurückgehen? Ja. Wir geben uns in die Nähe des Sachkommens wieder. Und wir gehen nicht zum Ausgang. Weil wir pro sind. Also, ich bin nicht ganz rechts. Wo jetzt nach oben? Ähm, hier ist nach unten. Äh, ich konnte mich sehen kurz. Äh, der Typ, der das programmiert hat, hat sich noch... Jetzt traur ich mich an. Der hat den Arsch offen gemacht. Das ist von so richtig. Dann zwei nach rechts. Also, wenn ich ganz unten angekommen bin, zwei nach rechts. Eins, zwei. Dann nach unten. Dann wieder nach unten. Und dann ganz nach links. Ach, ganz nach links. Ganz nach links. Soll ich gerade ganz nach rechts gehen. Ja, ganz nach rechts war schon wieder sarkassisch hier. Und dann nach unten. Dann wieder nach unten. Und dann wieder rechts. Und dann gehst du am besten nach links. Ist einfach. Ach, Alter, muss ich keine Häuschen zählen. Hä, sind dabei ja auf der Karte Häuschen angezeigt, oder was? Ja, hier komm ich nicht mehr weiter. Dann kann ich wieder nach unten. Ja, dann kannst du nach unten. Dann ganz nach rechts. Also, ganz nach rechts. Also, hier lang. Okay. Hier. Ganz nach rechts. Nochmal Start. Hier drüben mal Start. Weh deinen Bonik aus, was lieben kann. Und schick mal weg. Hä? Ja, mach auch so. Ich komm auch so, ich möchte nicht starten. Ich dachte, der kennt irgendwas. Ein Geheimnis oder so. Okay, jetzt bin ich ganz rechts, glaube ich. Und dann nach unten, links, rauf. Und dann wieder links. Hä? Nach unten, links, rauf. Sobald, nach unten, warum? Na, also ich bin jetzt, also, so weit wie es geht, nach links. Und dann wieder hoch. Dann wieder hoch. Ja. Und dann wieder links. Und dann gibt es nur einen Weg. Und dann ist runter, links, rauf, links, runter, links, rauf, links. Und runter, links. Und dann ist es aber egal. Und dann runter, links, rauf, links, runter, rauf, links. Okay, du bist jetzt in die feine Seite nach unten, ja. Jetzt kannst du es nur links und dann wieder nach unten. Und dann geht es mal wieder nach rechts. Scheiße. Jetzt bist du hochgegangen. Ja. Was läuft mit dir? Wo bin ich? Ach nee, du bist bei diesen Bäumen. Du musst hoch, ja. Da habe ich. Traurig. Traurig. Okay, ich bin jetzt ganz oben. Wollang? Nichts. Das geht. Jetzt nach unten oder oben? Unten. Oben geht es gar nicht weiter. Okay. Es gibt nur einen Weg momentan hier. Achso, dann kann ich mich ja gar nicht verfehlen. Außer wenn du gleich in die nächste Sarkasse rennst. Ähm, wenn du jetzt nach rechts. Und wenn du jetzt rechts bist, nur drei nach unten. Also jetzt bist du ganz unten wahrscheinlich, ne. Ah, okay, warte. Dann musst du wieder zwei rauf. Jetzt bin ich, also eins. Also ich muss jetzt unter dem Baum oder über dem Baum? Ähm, auf der gleichen Höhe mit dem Baum. Ach, und dann nach da. Und dann nach links. Und jetzt gibst du noch einen Weg und dann bist du bei... Hey, und hey. Und hey? Hey, diese Scheiß-Zahl, ne? Hey, und hey. Diese Scheiß-Labyrinth hat sich nicht so ein Labyrinth genutzt. Ja, kann sein. Und so, es hat gleich schon mal geklappt, nachdem er getraut hat. Der es war... ...gericht auf die falsche Seite gelotst hat. Aber wenn ich das scantiere, hier ist das ganze Labyrinth. Ja, eben. Hey, jetzt gehe ich gerade wieder hoch. Ist das richtig? Nein. Tatsache. Tatsache. Ambu Forrest, hallo. Ja. Ey, ente, ey. Erstmal umgucken. Hey, hey, die hat ich nicht. Aha, hier gibt's nur dieses eine große Haus. Krieg er ein. Ganz krass. Ah. Warum geht's denn so aus? Soll ich da jemanden da? Wo denn? Da. Da. Da? Soll ich die Frage? Da, soll ich die Frage? Speichern. Speichern. Ach so. Warte mal, so kann ich auch gar nicht speichern. Ich muss doch... Ah doch, klar kann ich so speichern. Memo. Wait in Titan. So. Hallo. Hallo. Ah, you should also take this. Cool. Lucky Egg. Erhöht die Erfahrung, wenn man das in Pokémon gibt. Oh. Ich kann an der Seite rein. Hallo. Kaguya. Kaguya. I lost again. War ein Net-Battle. Von Norwe Decaydo. Sind du, Kaguya. Bis ich noch das Constrine-Useis-Haus rein. Ja, ist doch geil. Oh, I guess. Ja, was. Ja, ich würd mal sagen, hier geht der Fight. Ah, ganz schön fett. Hier Pokémon. Oh, man. A-Reisen. Wow. Ist ja fast nackt. A-Reisen. Fester aus den Nacken, Tenshi. Das stimmt. Fertig gewusst hat. Ja, aber die können mich nicht fertig machen. Ich bin 20, 30 Level zu spät hier. Ich bin 30 Level zu spät. Nicht zu hoch. Ach so! Wenn ich auf meinem Level gewesen wäre, one-hit. Und zwar. Ja, zweimal. Ich glaub, die ist doch nicht so schlecht, wie wir alle sagen. Wo kommst? Hier. Der, äh... Da geht aber auch deiner. Der ist so stark wie der anderen Taktik. Weil der dir das nicht geht. Ja, OP. Guck dir das mal an. Echt. Ja, echt. Ja, die gute alte Waze. Aber... Egal. Man muss auch Opfer bringen. In dem Fall war... Man muss mal nicht so glücklich. Wie zu... Weißt du, wer... Werden die... Werden die besiegt? Lucy. Weil Lucy ist die Einzige, die Klipp und Klar sagt, er hat kein Bock auf langes Vernehmen. Und dann ist das auch gut so. Ja. Auch wenn ich mich hier gefeedet. Ich hab Lucy lang gefeedet. Ich hab mich hier. Shadow Ball. The Dream... Shadow Ball. Yuka ist immer in der Dream World. Also... With the Dream World, Chia. Dream World meinte ich... Wär ja das gewesen, wenn ich da... Oh Gott, Chia. Ja. Mit... Sakuya, Flondre, Tsieno, Yuyuku, Marisa, Sanai, Reimu und Yukari. Oh. Good luck, Sanai. Thanks, that was a good battle. Enough I lost. Anyway, do you have any requests? No. Yuka... Who is Yuka? Ach, that is... Ah, that is immer noch die Quest hier. Ah, fu 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 fu. This might become interesting. Fuh fu fu fu. Fuck you, fuck you, fuck you. There's no noch diese Quest with the Tomes. Ja. Ich wusste nicht, dass sie die weiter... Ach, das geht wirklich noch weiter? Ja. Das geht endlich weiter und ich dachte, dass es hätte irgendwann mittendrin aufgehört. What is their name again? Moku? Moku. Is also living somewhere in the Bamboo Forest. Why don't you meet her? Ja. Fuh fu 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 fu. Ich möchte gerne. Ich glaube, diese ist einfach nichts. Ja. Das wäre super gut. Es sei denn, nichts wird getrollt. Die Frage ist, warum kennt sie diese gar nicht? Das stimmt, hier ist Rest of Joy. Oh, thank you for making Kaguya a bit heavier. Take these two rare Bonekas as my gratitude. Ja, klar. Ich krieg die zwei Bonekas nicht, weil ich keinen Platz hab. Willst du mich eigentlich verarschen? Gibt's den... Hey. 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 Da muss ich... Ja. Oh. Oh. Das ist ein PC. Bezweifel, es ist. Oh. Oh. Und ich dachte, die wollen mich echt treuen, indem ich den ganzen Scheiß nochmal gehen muss. Ja, jetzt darfst du wieder den Weg zurückgehen, den du vorhin genommen hast. Zu Yuseys Haus. Du weißt den Weg noch, Skier? Ja, natürlich nicht. Ha. Du wusstest. ich die 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 so mein Mülleimer seit dem Markt der Ränka drin einsam und verlassen und trotzdem ich wusste doch, dass sie aussieht wie Schwester Joel so, gucken wir doch mal an, was ihr uns geschenkt habt es wäre einfacher, wenn ihr vorher bettet ja, Yurihime und Toyo, weiß ich was, was ist das für ein episches Mann ja, das sieht voll cool aus, das hat ein Schwert in der Hand, Dude Dude, das ist Psycho Feuer mit Schwert, Dude nein, Psycho Fein sind beide Psycho Fein komm sag, was ist die Feuer? sie hat auch Feuer sie hat Feuer ja, aber sie sieht nicht aus wie Feuer ja, sie hat einen Flamme-Thrower auf Level 5 also, okay ich hab noch kein Flammenwurf-Pokémon, aber Level 5, Mann aber ihr habt beide Sketch Level 5 du kannst ja einen Tuck auswählen wie? die haben beide Sketch oh, das ist cool wie wärs mit Zerschneider, kann das einer? wie wärs mit Zerschneider, kann das einer? na, warum willst du jetzt schon mit Zerschneider? hier ja, okay, ich mach keinen Versuch du brauchst den der Niko du brauchst nicht unnötig Zerschneider irgendwie, Michael dafür hast du den toten Niko eben die kriegen ihre eigenen Plätze Plätzeboxen ja, ein auf 4 und ein auf 7 was doch gar nicht anstrengend ist, die dann rauszusuchen, weil Schirn wieder noch bestimmt nicht vergisst ja, bestimmt jetzt ist die Frage, wo hab ich die anderen hingepackt? auf 4 ist einer, das weiß ich, Schirn ja, guck mal hier, der Gute hat nun den Roshi ja, guck mal hier, der Gute hat nun den Roshi tschüss, Leute Tschüss, Leute da sind sie doch alle auf 3 hattest du nicht ein auf 4 gehabt? glaub nicht so, jetzt darfst du die USA ins Haus rein spazieren ja, das ist doch gut den ganzen Weg zurückschirn Moment, hab ich es wäre einfacher, wenn du wegfliegen würdest und dann von neu ins Lover fliegen würdest, oder das? theoretisch, wenn er fliegen kann wir treien, lass mal aus ja, treien treien wir das das ist Lucidein, Lucidein kann nicht fliegen ja du hast das Fliegenboden setzen gelassen Tatsache du weißt, wo das sein wird auf Box 4 ah, ich wusste es wie der Gute aussehen ja, du altes hey, der ist gar ich wusste es, dass er irgendwas auf Box 4 abgelegt man sag doch Schirn findet sich nicht dazu nicht, ich weiß gar nicht mehr die die von 50.000 Ja, can you fly here ich würd mal sagen, wir haben das predicted Geh doch noch mal da, wo das Haus war. Vielleicht kannst du nachgehen. Nein! N-n-n. Diese alten Hurensöhne! Ja? Ganz ruhig! Gehst du rund! Okay, ich geh runter. Oh Gott, nein, ey! Oh Gott. Dann nach oben. Jetzt kann man die Pokémon. Dann hast du doch mal Schuss hier. Ich hab keinen! Wieso? In diesem ganzen Scheißspiel gibt es keinen Schuss! Doch! Gibt es? Ich weiß, dass das Reeple heißt. Aber ich hab doch glaub ich keinen Smilz. Ich weiß, dass das Reeple heißt. Ja, keinen Smilz. Doch! Zwölfmal! Ja! Ja! Okay! Jetzt nach oben! Oben! Achso, bist du oben? Nein, bist du nicht! Links! Runter! Links! Rauf! Rechts! Äh! Rauf! Rechts! Links! Ich komm hier nicht weiter! Ich bin schon wieder in der Sackhase gelaufen! Bist du nicht! Nein! Okay, runter! Jetzt, was warst du? Nein! Also doch hoch! Hoch! Ich bin jetzt ein Scheiß-Refer jetzt hier! Hör auf mich! Okay! Hoch! Rechts! Hoch! Rechts! Runter! Rechts! Hoch! Äh! Nicht ganz rechts! Drei Schritte zurück! Du bist in der Sackgasse! Und dann runter! Ja, runter! Dann hoch! Ja, genau! Ja, nachdem du runtergegangen bist, musst du hoch! Ha! Tch! Tch! Okay, so geht's auch! Obwohl das jetzt mehr Schritte verbraucht, als nötig wären! Ist hier! Ja! Du kannst dich doch erinnern! Ja! Du bist jetzt den Weg richtig gegangen, denkst! Ich, äh, gehe einfach immer nur, wenn ich irgendwo gegenstoße, gehe ich in eine andere Richtung! Jetzt musst du runter! Jetzt musst du! Nach links! Und da runter! Wahrscheinlich! Und jetzt links! Und dann rauf! Und dann rauf! Und dann rauf! Und schon bist du bei YouSays rauf! Ja, ganz schön! Wir wachsen hier! Die hat aber ein großes Haus! Ähm, Schatten! Der Schatten verfolgt dich hier! Was ist das? Was ist das? Wo? Was ist das? Was denn? Ja, dieses Gebiet! Ja, weiß ich nicht! Das ist das Haus, von dem du erzählt hast! Ja, das, das sieht aus! Ah! Das ist keine! Da ist ihr Haus, aber ihr Haus hat keine Tür! Ja! Sie hat das Spiel! Oh! Ein menschliches Kind! Are you lost? Neh! Ich bin aus Versehen gelandet! Findet man auch so einfach! We'll let us go! What, Kakuya? Are you sad? So you came here because of her? How many times she tried to get me down? Ja! Boah! Sie hat eine epische Musik! Erstmal die Musik anmachen! Okay! Ach, das ist Moku! Ich dachte, das ist keines Haus! Boah! Die hat eine richtig geile Musik! Ja! Was hat sie einen Moku? Die setzt sich selber ein! Weißt du, wer tot ist? Kio! Sowas war! Oh! Er kriegt Kio! Die Tatsache! Scheiße! Bei dem Kampf muss man einfach seine Klappe halten! Nur solange bis einem die Musik auf die Nerven geht! Weil hier ist keine! Ja! Wie wär's mit keinem gegen keine? Ja, kein Problem! Oh! Oh! Ich glaub, das war ja fast! Erstmal Master's Park! Ja, von mir aus! Ob das viel nützt? Klar! Ah! Verstehe! Ich dachte, die wir erwarten! Ist die Riga Q ist Level Up? Ja, 87! Bei dem... Warte mal! Wenn es da noch so viele Liga kommen! Was erwarten die von mir? Level 100? wahrscheinlich ich glaube dieses let's play dauert noch eine weile ich dachte jetzt ich mache jetzt noch so einen letzten part ich glaube der gute stefan hat das nicht zu ende gespielt ja glaube ich aber auch dem fehlt doch da die hälfte ja ist wirklich so boah flammende moku muss haben ja sieht super lebendig aus ich liebe charaktere mit flügel especially if there are in flames die rastet aus ich glaube sie kann es nicht ertragen besiegt zu werden hier haut einfach mal ich hau dann einfach mal eine attacke raus die auf jeden fall reinhauen da ist schon dass du ihr nach jedem masters park schwächer wirst naja kommen die selbst blitz ein was für eine scheiß attacke ist nur ein episches pokémon und hat blitzen warum nicht diese dieses flammendings da und sterbliche flamme unter anderem ich hatte da eher an lohe kanonade gedacht aber ja so fantasy kann ich knicken weil dies stahl weißt du wer noch gar kein auftritt diesen part hatte ich glaube so was von austeilen wieder hat keine wasser attacke mehr was ich für ein spaß 401 spezial angriff da bleibt doch nichts anderes auf dem stein im morgens wo sind weißt ja fuchibari no moku Fuchibari No Moku Arak aatashi no Eee Aatashi bo na Ni HH H UPP H UPP hihi das gute alte SIA H UPP Here your full explanation fine Oh I'm sorry for reckless attacking so you find books across Gendekio you came playing time talk to檜 Oh, Keine! Perfekt. Wie sieht Keine so unkeinhaft aus. She is Shia from the outside world. She is searching for the scattered books across Gensekyo. Do you still hold the book that you have found this morning? Maybe one of the books that Shia searched for. Oh, I am still holding that book. Let me take with Shia our talk. Keine! Hi Shia, my name is Keine. I have heard that now. I have heard from Moku that you are searching for books around Gensekyo. Is this one of these books? Hup, hup. The expression. Hup, hup. So around. I see. This is really one of the books that you are searching for. But before I give it to you, could you tell me why you find this book in the first place? The next one you have to do another one. Probably. I don't know. I see this book is one of the magic tomes for creating the boneka. Indeed. This book contains magic formula, but I don't really understand all its connections. There are totally six magic tomes that were blown away by Patchouli. And the Patchouli asked you to retrieve those magic tomes. And now you are here. Hmm. Okay, I'll give it to you, but tell me more stories after this, okay? Asura's tomb of Kaina Sensei. I hope you will find the remaining domes quickly. So yeah, let me escort you out of the bamboo forest. So social. Although the way was totally easy, it would be out. Oh. Yeah, they thought... So. Ah, you have the good... ... ... ... ...